Äh, wo ist ein VMTM-Box? Genau, Kunz, äh, verbrauchen wir. Lapras, bitte. Ja, 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 ähm, ja, bitte vergessen. Weißnebel, ein Nebel schützt ein Team vor Statusverschlechterungen. Oh mein Gott, ist das sinnfrei. Geist, warum hat das Geist? Ein fieser Strahl, der den Gegner verwirrt. Hm, lassen wir. Was ist das? Wer ihn hört, wird nach drei Runden besiegt. Rettung durch Tausch. Oh, cool. Wir nehmen aber Konfu-Strahl weg, das brauchen wir nicht. Lappenmaschine bereit. Wieder die CD auf die Stirn geklebt. Und dann Surfer lernen. Danke, Lapras. So, dann gehen wir hier mal ins Pokémon-Menü. Äh, Lapras, Surfer. Erst Einsatz, Bauwainer, äh, doch nichts mit Kraftwerk. Ah, verdammt. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier bald rausgeschmissen werden aus der Safari-Zone. Oh, Goldzähne. Cool. Was bringt uns das jetzt? Wir werden bald... Ja, wir werden bald rausgebrochen. Na, jo. Zeit ist um. Schade. Okay, jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal rein, eine Runde, oder... Wie sieht's aus? Weil ins Ding kommen wir ja momentan nicht ins Kraftwerk. Das heißt, ich würde jetzt gerne noch eine Runde hier Pokémon sammeln. Ja. Gehen wir halt einfach noch eine Runde rein. So. Immerhin haben wir schon mal das geheime Haus gefunden. Das ist schon mal eine Leistung, wie ich jetzt finde. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hier unten, oder? Er ist eigentlich der einzige Weg, der übrig bleibt, würde ich mal sagen. Hier waren wir auch noch nicht hin. Wo geht's noch hier hin? Oh, doch, hier waren wir schon. Ah, verdammt. Wieder sinnvoll rumgelaufen, aber nein. So, wo geht's jetzt hier oben hin? Da waren wir ja auch schon mal, oder? Ja, da waren wir schon mal. Hier ist noch ein Poké-Gedöns. Top-Trank. Poké-Gedöns vor allem, Heiden. Pokéball meine ich. Mann, Mann, Mann. So, mal auf kürzesten Wege durch und natürlich treffen wir was. Oh, Paras will ich nicht haben. Ach, scheiß drauf. Wir haben ja genügend Pokéballe. Oh, klappt sogar. Hab ich jetzt nicht gedacht. Nein, ich möchte keinen Pilznamen machen, weil ich gerade irgendwas von auf dem Rücken wachsendem Pilzen gelesen habe. Erinnert mich an die Mushrooms aus Minecraft. Aber das ist ein anderes Kapitel. Wo geht's hier hin? Geht's doch bestimmt auch wohin, oder? Ja, hier runter. Ups, wo ist das? Ah, hallo Pokéball. Flinkklaue. Aha, was ist das schon wieder? Will ich das wissen? Ja, ich glaube schon, dass ich das wissen will. Wie viele haben wir Schritte noch? 309. Ups. Gut, die Hälfte an Schritten haben wir jetzt schon verbraucht. Hm. Irgendwie doof. Hier muss es ja auch noch irgendwo hingehen, oder? Versuche jetzt mal immer noch norden zu laufen. Da müssen wir doch bestimmt... Oh. Kommen wir doch bestimmt irgendwo hin. Hallo, Rihuan. Wir haben schon einen von deiner Sorte. Deswegen flüchten wir natürlich. Wo geht's noch hier hin? Da oben rauf. Äh, zum nächsten Kampf natürlich. Oh, hallo Owei. Haben wir jetzt schon Owei? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber wir schon eins gefangen haben. Ihr kennt ja mein Gedächtnis. Geht's jetzt hier hin? Wieder sehr sinnvoll gelaufen jetzt. Oh, was bist du? Nidorina. Hallo, Nidorinas. Okay, Nidorinas wütend. Dann zum Ball, bitte. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Yeah, Nidorina. Hallo und willkommen im Team. Nein, Nidorina wollen wir keinen Spitznamen geben. Wo geht's jetzt hier schon wieder hin? Tipps für Trainer. Bis zum Geheimhaus ist es nicht mehr weit. Ach, da sind wir schon wieder. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Äh, wie das sinnvoll Weg verschwendet. Ups, eigentlich wollte ich nämlich... Wie viele Schritte haben wir noch? Oh, 154 nur noch. Hm, doof. Eigentlich wollte ich nämlich noch hier unten den Weg erkunden. Aber das, glaube ich, wird jetzt nichts mehr. Naja, nochmal möchte ich jetzt nicht rein. Da wenden wir uns doch dann lieber anderen Sachen zu. Hier müsste es durchgehen, oder? Jo, hier unten lang. Was ist das? Erforsche die Safari Zone. Ich finde das geheime Haus. Haben wir schon. War ja auch nicht wirklich schwer zu finden, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein Ball. Topbeleber. Wie viele Schritte haben wir noch? 60. Na, nicht so vorteilhaft. Geht's hier hin? Nirgends. Na, super, klasse. Da waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Da geht's hier hin. Eigentlich mal nochmal kurz. Ah, verdammt. Naja. Jetzt suchen wir uns, glaube ich, eine andere Aufgabe. Wir müssten ja noch eigentlich zwei Arenen übrig haben, die wir machen können. Hier in Fuxania natürlich. Und... Nun ja. Irgendwo war da noch eine auf den Zinora-Inseln, glaube ich. Jetzt heile ich aber erstmal meine Pokémon. Wenn sie überhaupt heilen. Äh, irgendwelche Heilung brauchen. Weiß ich gar nicht, Gott. Aber sicher ist sicher. Dann schauen wir mal, was wir noch mitnehmen könnten. Stein-Pokémon, ein starkes Rihorn zum Beispiel. Ah, verdammt. Schon wieder falsch gelaufen. Sorry. Aber ich meine, für den Arena-Kampf sollten wir vielleicht mal Stein- und Pflanzen-Pokémon versuchen, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr gespielt und bin nicht so ein Bro, was Pokémon angeht. Oh, Pokémon nehmen wollte ich gar nicht. Pokémon ablegen. So. Was legen wir denn ab? Erstmal Onyx. Ist zwar stark, aber momentan nicht so sinnvoll mit Level 14. Da wäre Rihorn auf 25 schon effektiver. Rihorn kommt mal mit. Was haben wir denn hier noch so dann? Ein Nidoran auf 22. Ein Nidorina auf 30. Ein Owei, 25. Das Nidorina möchte ich mal mitnehmen. Geht aber nicht. Box weiter bearbeiten? Nein. Ablegen bitte. Welches legen wir denn ab? Blitzer nicht. Lapras brauchen wir später noch. Ja, okay, dann lassen wir das mal so. Nein, nicht weiter bearbeiten. Und dann schauen wir mal. Wir könnten auch mal auf die Zinnoberinsel schauen. Oder wir probieren es jetzt nochmal mit dem Arenaleiter und dem Rihorn. Obwohl das, glaube ich, nicht so funktionieren wird. Ich weise jetzt den Weg wenigstens zu ihm. Oh, verdammt. Intelligenz umzieht über rohe Kraft. Ja, ähm, ja, ich versuch's. Wobei das mit der Intelligenz immer so ne Sache ist. Oh, hallo, Hypno. Hypno gegen Taubos. Aha. Oh. Okay, ich sehe, Taubos ist alles andere als effektiv gegen diese Art von Pokémon. Probieren wir doch mal Rihorn. Obwohl das wahrscheinlich auch nichts sein wird. Oh, Sekunde, ich muss da mal ne Pause machen kurz. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry, war kurz nur telefonieren. Jetzt probieren wir es doch mal mit dem Rihorn hier. Stampfer. Probieren wir doch mal. Vielleicht bringt das was. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Äh, irgendwie nicht sehr effektiv, oder? Furienschlag vielleicht? Hier wäre, glaube ich, auch unser Glurak wieder effektiv. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Bei dieser Arena. Was ich da am besten für Pokémon einsetzen sollte. Weiß ich jetzt echt nicht. Warum hat jetzt gerade eigentlich keinen Furienschlag eingesetzt? Hm, seltsam. Oh mein Gott. Ist ja alles andere als effektiv des Zeugs, oder? Na ja, immerhin fünfmal getroffen. Bringt ja dann doch ein bisschen was. Aber wir sind schon wieder vergiftet. Das ist nicht so toll. Warum sind die eigentlich immer alle schneller als unsere Pokémon? Das ist doch nervig. Oh. Okay, Psychoattacken ist gegen Gestein. Scheinbar relativ effektiv. Das ist nicht so toll. Dann probieren wir mal den Flammenwurf. Es sollte das Hüten eigentlich jetzt ja... Ja. Besiegen. Wunderbar. Ist doch schon mal was. Und Taubos und Glurak bekommen einen Haufen EP. Und der Milo wäre besiegt. Okay. Dann können wir aber die Arena auch schon wieder vergessen. Weil unser Rivan ja tot ist. Und naja, das ist nicht so optimal. Ich glaube, ich probiere es erst mit der Arena auf den Zinnoberinseln. Vielleicht bringt das mehr. Und ich warte dann eigentlich einfach mal auf eure Tipps, wie wir die Arena in Saffronia City... Äh, Fuxania City, Entschuldigung. Bezwingen können. Also wie wir diese Pokémon vom Arena Leiter irgendwie schaffen und bezwingen können. Das ist mir nämlich noch so ein Rätsel. Dann würde ich sagen, schnappen wir unser Taubos. Und fliegen per Taubos Express in Richtung Zinnoberinsel. Oh, da kommen wir noch gar nicht hin. Na, das ist ja jetzt doof. Da müsste man natürlich irgendwie von unten hinkommen. Hier so, oder? Da müsste es zu den Zinnoberinseln gehen. Oh. Haha. Hier braucht man einen Surfer, oder? Äh. Natürlich ganz doof. Kommen wir denn per Karte... Oh, Entschuldigung. Per Karte... Ha, nicht per Pokémon. Per Karte. Oh, doch Pokémon eigentlich. Ich kenne mich schon wieder dort. Da sind drei durch die Menüs. Mann, Mann, Mann. Professionalität am Let's Play-Bau da. Von Alabastia können wir auch nur per Seeroute hier hin. Da kommen wir ja auf die Seeschaumensung. Hm. Was ist das? Zurück. Na super. Haben wir eigentlich noch eine Arena ausgelassen? Lavandia gibt's ja keine. Fölsturno ist das. Azuria haben wir ja normalerweise. Mondberg. Muramoria müssten wir auch haben. Vertania, genau. Da gab's ja keinen Arenaleiter, oder? Da müsste ja dann noch eine fehlen. Da schauen wir doch da mal, ob inzwischen sich da was getan hat. Ich glaub's zwar nicht, aber es könnte ja sein. Wo ist denn die Arena überhaupt nochmal? Da oben? Ich wollte schon wieder fast auf Vorsprung gehen, aber das möchte ich mir abgewinnen. Hier oben ist die Arena doch, oder? Ah, hier oben. Vielleicht gibt's ja inzwischen den Leiter. Ja, ich glaub's aber nicht. Diese Pokémon Arena ist stets geschlossen. Ich frage mir, wer unten ist. Ah, verdammt. Sorry, das... Oh. Das ist... Na, Mann, 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 Mann. Professionalität. Ich hasse das. Ich komme nur von der anderen Seite rein. Ich glaube, die Tür immer noch verschlossen ist. Ich glaub aber schon. Jo. Verschlossen. Na super. Ähm, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir machen könnten. Ich möchte nur mal hier... Ich weiß nicht, was wir jetzt machen könnten. Weil das sind ja die einzigen drei Arena, die noch fehlen. Hier, Vertania. Ups. Zinnoberinsel Arena. Wenn's da eine gibt. Und Foxania City. Arrania haben wir. Sophronia haben wir. Prismania haben wir. Arzuria haben wir. Und in Lavandia gibt's ja keine. Das heißt, wir müssen jetzt die Arena in Foxania City schaffen. Wobei ich nicht weiß, welche... Ja. Welche Pokémon ich da benutzen soll. Ich bin mir da echt nicht sicher. Weil mit Flughaut's ja nicht hin. Mit Feuerhaut's ja nicht hin. Mit Stein weiß ich nicht. Vielleicht mit Geist. Probier ich jetzt mal mit Geist Pokémon. Ich hab doch da noch ein... Aber Alpollo und Nebulak irgendwo rumfliegen, oder? Wir müssen uns zuschicy aufasteigern. Mit Simran machen schon mal objections. Und dann offen bleiben nicht. Und dann können dann gertest championsgruppen und begren.